Willkommen zurück bei Seven Days to Die. Mahlzeit. Mahlzeitkante. Wir wollen den Airdrop holen erstmal. Wir holen den Airdrop. Warum? Erstmal hier raus. Wolltest du nicht dein Moped mitnehmen? Das geht schneller. Ja, mach ich ja jetzt. Ach so. Ich dachte du hättest was geparkt. Wie komme ich denn jetzt hier? Ich nehme mein Moped raus hier. Scheiße. Na? Müssen wir wohl nicht schneller da sein, Freund. Werden wir da mal was? Na, ich kenne schon so ein paar Abkürzungen du. Ja, ich merke das schon. Ja, ja. Vor allem fahre ich hier gegen Schwanken und warten hier. Meine Hood. Ich bin gespannt, wer zuerst da ist. Ich auch. Wow, 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 wow. Das war scheiße. Ah, ich bin auch fast in die Katalisation gedüst. Nein. Mein Bild sieht so blurry aus, ne? Was ist denn hier los? Scheiße. Ich komme nicht mehr raus. Das ist schlecht. Ich bin als erster da. Ja, ja, Mann. Das ist ein Witz. Sag mal. Irgendwie ist mein Bild total blurry. Ja, scheiße. Ja, dann machen wir jetzt den Air-Job trotzdem. Ja, müssen wir ja. Ich staue mitten auf der Straße hier, wenn jeder klauen kann. Wenn die Zuschauer mal nicht mit deinen 4K-Videos verwöhnt. Die hatte ich ja noch nie. Ja. Wo fahre ich hier eigentlich lang, ey? Sag mal. Das sieht aus, als wenn ich gesoffen habe. Alter. Hast du wieder eine Gehnerschütterung? Nee. Gar nichts so an Status. Ja, der ist in der Mauer festgepackt. So, den habe ich schon mal. Ey, der ist gar nicht ganz voll. Was ist das denn? Ey, und wieder keine Gas dabei. Das gibt es doch gar nicht. Der ist ja, der hätte mich mal gucken lassen. Aber eine 5er Kettensäge haben wir. Der hätte mich mal gucken lassen, ne? Und eine 2er Raketenwerfer. Ja, ist jetzt so, ne? Nichts Besonderes. Nö. Davon eine blurry Aufnahme. Echt? Guck, also Internet ist da. Das sieht echt aus, als wenn ich hier, also... Selbst die Texturen sind... Ja, komische Sachen gehen hier, Vorsicht ja. Ja, ist immer, je länger wir spielen, desto äh... Ja, jetzt beruhigt sich das wieder, komischerweise. Also... Ganz mysteriös. Irgendwann sind wir nicht mal synchron und so. Irgendwann passiert das immer. Ganz komischer. Ja, was machen wir als nächstes? Mal eine neue Basefighter arbeiten, oder? Ja, da müssen wir Beton und alles mitnehmen, ne? Ja, dann machen wir das doch mal. Ich fahr mal dann zurück. Ja, ich fahr auch mal erstmal zur alten. Base. Ja. Dann machen wir erstmal die Taschen voll. Taschen voll Beton, ey. Bisschen schneller fahre, ist hier aber Ende im Gelände da. Ja, das kenn ich ja auch. Ey, das ging jetzt... 20 Folgen ging das gut, ne? Ähm, sogar mehr. Ja. Gibt's denn, der fängt schon wieder an. Ich seh schon, die Folge geht nicht online. Ne, äh... Bis jetzt, äh, würd ich sagen, nö. Also, da ist ja... Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, falls er sich doch hochrät. Ja. Also, ich hab klares Bild, also bei mir ist jetzt diesmal nicht... Ja, jetzt hab ich auch wieder klares Bild, also... Aber glasklar jetzt. Also... Und ich hab nichts verändert. Gar nichts. Und bitte schreib nicht drunter Arbeitsspeicher oder Grafikkarte. Das kann nicht sein. Das ist unglücklich. Das, äh... Ne, das stimmt. Aber... 31 Gigabyte soll... ...woll reichen. Ja. 12 Gigabyte Grafikkarte auch, also... Wenn das nicht reicht, dann, äh, weiß ich auch nicht mehr. Wo ist denn der Beton? Ja, wo hab ich den Beton? Das ist eigentlich ne Schmiede, ne? Äh... Ne, daneben in den Kisten, glaub ich, irgendwo. Da müssten noch so ein paar Tausend drin sein. Ich mein, die Holzwürfel kann ich gleich machen. Du brauchst aber auch Pflastersteine. Was ist das da? Was ist das da? So, haben wir das schon mal weg hier. Jetzt geht wieder erst rein, aber... Ich befürchte, dass da mit dem Internet zusammenhängt. Wie so eine. So, ich hab die Holzwürfel... Beton hast du gar nicht... Beton hast du gar nicht mit, glaub ich. Doch, hier ist Beton. Ne Betonmischung. Ich muss was sagen. Irgendwo muss da Beton sein. Hier sind auch noch 8.000. Nehme ich auch noch mal mit. Betonmischung hast du hier immer. Ja, ja, genau. Die brauchen wir. Okay. Und die Pflastersteine. Wichtig. Ja. Habe ich hier auch noch welche. Habe ich hier auch noch Beton. Irgendwann wollte ich da auch noch Lehm. Ja, ist auch nicht viel. Nimm den Leben auch noch mal mit. Cola ist hier noch. Ölschiefer. Ja, lass mich mal eben dran nehmen. Kannst du da gleich die Dinger setzen. Äh... So, ich nehme nochmal 10.000 Leben mit. Und 13.000 Steine. So, wir haben dat, dat, dat. Dat haben wir. Gebietsschutzblock baue ich mir gleich eben. Und... Dat haben wir... Ja, müsste eigentlich... Müssten wir alles haben. Theoretisch. Oh, dann fahren wir erstmal hin. Werden wir dann sehen, ob wir alles haben. Warte, ich muss mal eben hier... Keinen Bock, hier außen rum zu fahren. Alles ja. Na, jetzt werfe ich mein Motorrad hier weg, ey. Wo ist denn... Ich hab da... Ich hab da gar nicht auf... Auf die Karte hier gerade die Markierung. Dann bin ich wieder zuerst da. Jetzt... Jetzt seh ich's. Und hast du wieder blurry? Nö, noch nicht. Ich fahr mal schneller. Nö, ich fuhr... Ich bin schon schnell gefahren. Ey, hier ist ein Moskito. Oh, nö. Oh, ich bring einen mit. Halt die AK bereit. Das Ding ist genauso schnell wie ich. Sehr realistisch. Da ist ja auch, äh... Ne? Mutierter Moskito. Alter, aber was für einer... Oh, ich bring auch noch einen mit. Nö, was ist denn... Was ist denn das für eine Pest hier? Drei Stück ist aber ganz, ganz böse, ey. Dann haben wir gleich echt nur noch... Nö, nö, nö. Nur noch blurry Aufnahmen. Was ist das? Hier sind so rote Teile, die fliegen. Wir treffen uns an der Base und ich, äh... Warte mit allem, was schießen kann. So, ein Moskito down. Jetzt habe ich mein Messer weggetan. Oh, hast du eins bei? Die weg? Nö, oder? Da sind sogar die Vollprofis, ey. Hast du eine Nagelpistole? Nein. Hier, so. Hast du eine Nagelpistole? Ja. Und du? Mach ich erstmal den da hinten weg. Der stört. Ich gebe dir erstmal... Ich gebe dir den ganzen Beton erstmal. Äh, ne. Wenn du die Nagelpistole hast, brauchst du den Beton. Ja, und wie mache ich das hier? Ja, dann zeig ich... Also, ich setze dir jetzt so lustige Blöcke hier hin. Das kennst du ja noch. Und da haust du dann einfach mit L2 drauf, solange bis er Stein hat. Mit der Nagelpistole. Jawoll. Jawoll. So, jetzt muss ich erstmal einen neuen Rahmen machen. Oh, geil. Ja. Das war's schon mal wieder. Warum? Das zieht so viel ab, ey. Vom Ball geht. Nee, dann muss das eigentlich klappen. So, jetzt habe ich kein Holz mehr. Mann, ich könnte kotzen. Ach ja, Holz brauchst du ja auch. Warte. 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 Warum hat er schon wieder Hunger, ey? Oh, da kommt einer angerobbt. So. Keine Fliegeviecher. Oh. 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 Ja, okay. Oh. 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 So, dann haben wir nochmal auf. Wenn wir nicht alles täuschen, dann ist der gerade über uns geflogen. Unsinn, die weiter. Da hinten steht auch noch einer so versteckt am Baum. Weiß nicht in welche komischen Sachen wir hier verstrickt sind in dem Gebiet, aber... Was ist denn hier wieder mysteriös? BAM! Ja, dann habe ich Ast rein weg, gehetshottet. Oh. Das Schlimm wird nur, wenn die Schreierinnen kommen. Die sind echt ein bisschen scheiße geworden. So, und da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen da und hier und da und da und da und da und da und da und da. Und wie lange wird auch noch bei uns jetzt ein? Ich glaube, es wird dir wahrscheinlich eher an Dingen fehlen. An Pflastersteinen. Na, sorry. Aber die können wir uns selber craften. Da brauchst du nur Stein und Leben für. Das sieht aber auch mehr aus, als du da verbrauchst. Ich mach dann schon mal so 1500 Pflastersteine nochmal nachschieben hier. 10 Minuten. In der Zeit nehme ich mir mal ein Wässerchen oder zwei. Gerstensaft. Nee, Wasser. Gibt's doch nicht, dass du krank. Ja, hier hab ich keins dabei. Da sind die ja auch im Bau. Da hast du recht, ne? Da gebe ich dir mal ganz schnell eins hier rüber. Aber ich hab ganz... Scheiße. Ja, ich hab grad die Taschen leer gemacht. Ich hab selbst mal ein Messer weggelegt. So. Ah, ist doch alles clean hier. Alles clean. Okay. Ähm, gib... Ihr Keller kennt hier, ey. Ja. Wenn er denn echt auch so einfach wäre, Häuser zu bauen. Jo, du, hör mal. Dann würde ich nichts mehr anderes machen. Das ist mal der Gaming-Zentrale. Oh, no, no. 5 Meter unter der Erde. Ach, komm. Ja, jetzt tust du ihn da oben drauf, ne? Nein, seine Pfeife, ey. Also, ich weiß noch nicht, ob mir ein Neu-Bau-Menü gefallen soll. Also, das ist halt irgendwie... Ich kenn das alte ja gar nicht, glaub ich. Hm? Kenn ich das alte noch? Ja. Also, der slidet die Blöcke jetzt so komisch. Das ist irgendwie... Mal nützlich, mal nicht. Da muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Ja. Mein Gott, da haben wir aber die Wände schnell hochgezimmert, du. Das gibt's ja gar nicht. Guck. Einmal mitgemacht hier, ey. Das ist ja echt, du. Schon läuft das. Die, die ich jetzt hier hinsetzt, bitte nicht machen, ne? Die da, okay, ja. Das ist unsere Treppe. Ja. Treppe wollte ich Ihnen schön machen. Mit, äh... Deko und so, oder was willst du da machen? Da kommt eine richtige Treppe hin. Also, nicht so eine Holz-Treppe oder sowas. Ah, okay. Nee, nee. Bespannend. Wir müssen schon ein bisschen protzen, ne? Ja, ist ja nicht umsonst Pimpio Games. So eine Wendetreppe, ey. Mal gucken. Ich überlege schon, einen Aufzug reinzumachen, ne? Vor allem, was... Das hat drei Läser gemacht, ne? Ja, das geht schnell. Okay, wir haben gleich keine Holzdinger mehr. Ja. Der macht auch gerade noch Pflastersteine. Ja. Also, wir haben gleich kurze Verschnaufspause. Mal gucken, was wir dann machen in der Zeit. Mein Gott, ey. Eine schöne Baufolge. Ja. Da ist er heute, da kommt der... Ey, hab ich da hinten einen Lootsack übersehen? Gibt's doch nicht für alten Lootsdinger. Nee, nee, nee. War nur Pflänzchen. Ah. So war das aber auch. Guck mal, und dabei hat die Folge so blurry angefangen, ne? Ja, gut, ja. Na, haben wir noch einen Stein, den nimm mal mit. Ja, da kann man sich im Vorfeld nur für entschuldigen. Dass das am Anfang so blurry ist. Ja, was willst du machen, ne? Machst du gar nichts. Ja. Oh, Mann, ey. Was schießt du denn hier rum? Ich schieße Köpfe runter. Genau. Da lief nur so der hergelaufene, weißt du das, ja. Langsam komisch hier mit den... Immer dasselbe sehen, ey. Ja. Dann hab ich mir in der alten Base auch gedacht, als ich da alles ausbetoniert habe. Ich bin gespannt auf das Schmuckstück, was wir uns hier errichten, ne? Ey, ich hab sogar einen Huhn getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute los? Ein Huhn. Ein Huhn. Ein freier Wildball. Ja, der Inboard landet. Das soll nicht verraten. Okay. Boah, hör mal. Oh, hier liegen noch Steine. Ich hab mir nämlich sagen lassen, Steine sind wesentlich mehr. Mehrwert als, äh, Holz. Der war dann schiefer. Ich hatte auch viel weniger Steine immer gefunden. Ja, aber du musst dich ja nur runtergraben, dann hast du Steine. Und wir kriegen im Moment für so einen 6.000er Stack, kriegen wir, ich glaub, 90.000. Jetzt fähren wir die Pflastersteine. Ja, hast du hier schon mal ein paar? So knapp, ey. Ja, ja, noch einmal. Fast wär's durch gewesen schon. Wie, die ganze Fuge hier. Das hatte ich keinen Toner. Ich hoffe, das ist... Ja, den hatte ich auch nicht. Ich hab mich jetzt schon gewundert, ja. Aber hier ruhig. Hier kann ich weitermachen, ne? Ja, ja, da kannst du weitermachen. Ja, komm, dann brech ich den mal ab, damit wir wieder ein paar Holzdinger haben. Ich wusste jetzt auch nicht, dass du bauen wolltest, sonst hätte ich da schon mal ein bisschen vorbereitet hier. Ja, wir müssen ja vorankommen, ich will auch irgendwann mal da reinziehen. Sonst sitzen wir den Tag 28 auch noch in der Base, oder? Da geh ich bis jetzt stark von da aus, also. Allein das verkabeln würde ja auch mal... Das verkabeln würde drei Tage dauern. Ja, aber die Zuschauer wollen da vielleicht auch mal ein bisschen was an Fortschritt sehen hier. Und was ist mit unserem unterirdischen Garten? Den müssen wir auch noch anlegen. Oh, das kannst du ja in meiner Nachtschicht machen. Ja. So. Graben muss ich auch noch graben? Graben musst du noch graben, ja. Ja, das macht einen richtig durstig, wenn ich dich da so arbeiten sehe, du. Ja, ich weiß, du schwitzt da auch mal richtig, ne? Ja. Beim Essen schwitzt man am Arbeiten frieren. So, in 30 Sekunden haben wir auch einen Gebietsschutzblock. Wofür war der nochmal so, dass da keine Zombies spawnen, ne? Kann das sein. Äh, dass du die Geräte wieder aufnehmen kannst. Na, okay. Die Zombies spawnen nicht, wenn wir die Schlafsäcke reinlegen. Sollten sie nicht. Aber das klappt ja bei uns auch schon nicht. Da ist er. So, aktiv. So, dann darfst du den da auch, äh, in der Mitte betonieren. So. Tja, und dann haben wir ja schon, also... So, wenn du sitzt, fertig, ne? Oder? Ja, würde ich sagen, ne? Oder die da, also die da oben auch ganz oben, oder? Nee, die nicht. Das ist nur zur Abgrenzung, dass ihr nicht so viel Kuckzeug reinfällt. Ich überlege halt, wo wir die Treppe hinmachen. Wo dann so am sinnvollsten ist. Sieht doch schon mal schön aus. Auf jeden Fall einen Vortritt zu sehen. Ja, ja, ja. Schon mal, ne? Machen wir das Fundament. Machen wir die Treppe an der Seite oder nicht? Oder doch? Ich denke, wir haben die Festung hatten früher. Ja. Ops4. Ohne jegliche Motz. Ja, das war das Schlimmste. Nee. Ja. Wo machen wir die Treppe denn hin? Sag doch mal was. Ich weiß das doch nicht. Ich auch nicht. Also Leitern will ich nicht haben. Leitern sind doof. So, zwei Treppen. Vielleicht zwei Notausgänge. Weikon, wir haben auf zwei. Na. Ja. Da ist ja auch der Durst. Wir müssen auch noch ein Stützbalken in der Mitte machen. Das wäre ganz sinnvoll. So, dann zieh den auch schon mal hoch. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo die Mitte war. Warte mal. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Müsste hier sein. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Große Erbsen haut er sich rein jetzt. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drei, vier, vier, fünf, sechs. Passt auch. Ja. Ich will ihn verbessern hier. Warte, nicht den machen, ne? Ja. Den nicht. Mein Gott, wie ein Fels in der Brandung, du. Flottert jetzt gegen hier. Ja, ja. Schau mal, ratze, fatze, du. Also ich würde sagen, wir machen die Stufen dann einfach hier so. Kann man eine Wendetreppe nehmen? Eine Wendetreppe glaube ich nicht, oder? Ich glaube, du kannst ja einen. Doch, kannst du. Ja. Ja. Das hätte doch was. Ja, war richtig edel. Hm. Kann man, aber ich habe es noch nie gebaut, muss ich sagen, aber. Ich dachte, das wäre eine richtige Scheißidee, aber. Wahrscheinlich. Ist ja egal, ne? Übergeben steht ja nicht für Erfolg. Oh, ja. Eieieiei. Das hat schon gut geklappt, oder? Das war. Sieht ja hervorragend aus. Ja, Alter, da musst du erstmal alles so hier, also. Ja, ich sehe du, Lär. Passt wieder nicht, dann müsste ich da einen hoch. Pass mal auf, da wird eine richtig creepy Treppe hier, du. Äh. Pass mal auf. Da wirst du deinen Kindern auch von erzählen. Hm. Das muss ich anders machen, dann muss ich hier. Äh. So. Was ist, äh. Bauen mit Pimp Your Games, deine? Ja, haupte, haupte, wir kommen da raus. Das noch? Achso, das hat das Geräusch von dir. Ja, geht rum, dann gehst du da rum wieder. Ja, 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 ich muss immer nur andere Blöcke wählen, das ist ein bisschen, äh. Das wird ja, haupte, 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 haupte. Ich teste die jetzt einmal. Ah, guck mal, ja, geil. Die kann man aber scheiße. Ja, das ist ein bisschen nervig, also kann ich dir jetzt schon sagen. Warte. Oh. Ja, so zum Spaß können wir die so lassen, ne? Aber das sieht hier so ein bisschen... Ah, ne, da sitzt die drauf. Ja, ne, war besser. Genau Standard hier. Ich wollte gerade sagen, was ist schön in Betonfarben, ne? So, alles noch ruhig hier, alles noch ruhig. Herrlich. Hast du noch ein bisschen? Was denn? Ja, hier so an, äh, Aufbesserungspotensilien. Beton, oder was weißt du? Ja, ja, ja. Ich hab noch was, warum? Geh ich mal von aus. So, willst du rübersetzen jetzt schon mal? Boah, wo wir schon mal hier sind? Das dann so hält einfach. Ja, naja, nicht. Künstler, Künstler. So. Oh. Den nehmen wir weg, den nehmen wir weg. Ich denke mal, du machst ja ne Luke dann, oder? Wie ne Luke. Oder wie, oder, äh, von oben rein. Also, oder wie hast du das gedacht? Ja, warte mal, hier fängt das nämlich schon an, die Scheiße. Ah, ne. Na. Ah, da muss vielleicht ne Schräge gehen. Ah, ne, das passt aber. Ne, das passt nicht. Scheiße. Ja gut, den kann ich später ja noch rausnehmen, das ist nicht so wild. Aber dann kann ich hier auch nicht zubauen. Aber die kann ich doch jetzt schon mal betonieren, oder? Ja, betonieren mal. Ich zunut, lasse ich das weg, aber... Ja, jetzt fehlt mir Holz. Das war's. Holz hat er. Naja, auch nicht mehr viel, aber... Bisschen hat er noch. Für die paar Blöcke reicht das auch. Ja, genau. Aber siehst du, ein Holz hab ich auch wieder nicht gedacht, dass du erst mit Holz aufwerten musst. Oh, meinst du, wie schnell sowas zu viert gehen würde, oder so? Ja. Sind Tag 7 schon ne perfekte Base? Ja, glaub ich auch. Ich hab mir erst mal 20 Fertigkeit-Bunkte-Batte. Ja, ich glaub ich hab auch 24 oder so, also... Maxed out, muss ich sagen. Brauchen wir's schon mehr als ich, ey. Verstehen, ey. Ja, ich hab vorher keine verteilt. So. Also ich hab von vorher bestimmt noch 16 Stück oder so mitgenommen. Ja, verstehst du wohl. Jetzt fehlen mir Pflastersteine, das war's. Ähm, bop, 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 bop. Schräg. Äg. Noch Pflastersteine? Nee. Ja. Aber es ist auch gleich schon wieder halb 6. Wo die Folge zu lang geht. Kann man hier jetzt... Ah, guck, komm mal. So, hab ich... Hat er da gemacht. Ja, ich hab jetzt eine Rampe eingebaut, dass man hier mit einem Koppel nicht immer so gegenballert. Ja, hat doch was. So, so, so. Ja, ja, so. So, warte mal, ich gucke hier. Halt mal, kleine. Kannst du den einmal mit Holz aufwerten? Äh. Den kleinen hier, die Rampe. So, und noch einmal mit Beton. So. Perfekt. Ja, man könnte da noch, äh, geschwungenere Ecken ein... Also, da überlege ich mir noch. Du überlegst dir was, ne? Nein, über die Wendeltreppe, du, das ist ja... Nein! So, Edel hast du ja nicht... Noch nicht, äh, überlebt. Hm? So, Edel hast du ja noch nicht überlebt hier. Nee. Bunker. Wenn wir uns die noch schön anmalen, äh, in rosa oder so, ne? Na, richtig schön. Aber ich glaube, wir brauchen ein Loch. Ein Loch, wo Stroh drunter liegt. Dass wir so Ghostbuster-mäßig dann einfach da runtergleiten können und, äh... Überlegst du da was? Ich überlege mir was, ja. Ja. Und wenn ich sie wieder abreiße, ist das ja scheißegal. Oh, ne, ich baue da nicht schon wieder auf. Ich meine die Treppe. Ja. Ja, mal gucken. Ja, irgendwie stört mich da mit dem Hochgehen. Das, äh, irgendwie... Sieht zwar gut aus, aber wenn du da jeden... Dieses Mal auch hoch und runter musst, dann irgendwann... Oh, aber hoch geht doch. Ja, hoch geht. Ja, da ist bald ein Dach drüber, ne? Na gut, das stimmt. Ja. Müssen wir nochmal gucken. Wir gucken nochmal. Ja, Freunde, äh... Das war die Baufolge. Das war die Baufolge. Nummer zwei. Ja. Ja, nein, schon. Gucken wir, was wir nächstes Mal machen. Irgendwann finden wir. Richtig. Ist klar. Macht's gut. Macht's bald. Ciao. 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 Ja.